Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Apex. Mit der Antonia. Hallo. Und mit dem Alex. Hallo. Und mit dem Pierre. Oh yeah. Habe ich ehrlich gesagt. Ja, okay. So, dass ihr den Nether wieder noch seht. Wir sollen jetzt die Festung. Aber irgendwie sehe ich die Markierungen, die Alex gesetzt hat, irgendwie mal gar nicht. Was für ein Zeitraum hast du dir eigentlich gemacht? Nochmal was? In welchen Abständen du die geplantet hast? Eigentlich ein extrem Pinglischen. Und da sind wir hier schon auf jeden Fall falsch, wenn wir suchen, so lange wie jetzt gerade. Kam jetzt so lange nix hier, wird nix sein. Wo waren die Letzte? Die Letzte war da hinten. Da er, wo wir zurückgeworden haben. Kann ja auch sein, dass du... Die waren eigentlich in ein paar 10, keine Ahnung, 10, 15 Blöcke Abstand ungefähr immer. Boah, Garst hat echt eine Schnauze dahinten, ne? Guck mal, er schießt auf mich. Kann ich aber auch. Oh, hier ist ne Garst. Hier, es sind hier. Löff bei dir, Pierre. So, ich mach das jetzt doch anders. Du Fick, Garst. Hm, hab ich denn noch Zäune? Oh, du dumme Bitch. Kannst du mir mal sagen, weil wir gekommen sind? Boah, ey. Guck mal, wir hinten. Wird schon hier überhaupt. Na, hier. Ich hebe mich gerade ganz langsam mit meiner Achse und sehe dich nicht. Das ist gut. Ich hoffe, ich war nach vorne jetzt. Boah, Alex. Hab ich gerade nicht gesehen, deswegen. Jetzt. Ach, da. Was ist ja um die Ecke? So. Ähm. Ja, weil wir hatten uns... Wir müssen auf jeden Fall immer, müssten hier irgendwo Markierungen sein. Wir hatten nie keine Markierungen. Ich würde hier eben ein paar Meter Abstand. Das kann nicht sein. Wenn wir uns hier... Dann kann es mal hier mit Hochbau nicht gestimmt haben, weil... Dann sag mal, wo es runterging. Ah, da... Bist du euch blind? Ich bin gerade weiter gerade ausgelaufen, deswegen. Ach, du bist hier runter, okay. Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe es. Ist gut. Bist du hier runter? Ähm. Der Weg geht doch in eine andere Richtung. Aber da war halt eben gerade nichts. Ah, jetzt hab ich es gesehen. Habt ihr euch nicht... Habt ihr euch nicht irgendwo durchgebaut? Hier, hier geht es weiter. Moment, hier geht es weiter. Geht es hier runter? Das ist jetzt die Frage. Geht es hier runter? Geht es hier runter? Geht es hier runter? Sieht für die nächste Ausweiter, keine Sache. Geht es doch nicht weiter. Genau, das ist die Sache. Heißt da, hier die... Da oben ist unsere Base nochmal. Juhu. Wir sind voll weit gekommen, muss man sagen. Ähm. Nein. Hier. Das heißt, irgendwo... Hoch... Ja, hier. Toll. Hier sind wir da, wo wir gerade waren. So, und hier ist eine Markierung. Das Problem ist... Gucken wir mal hier lang. In was für eine Richtung? Wahrscheinlich ging es entweder da rechts oder links hoch. Irgendwo muss es hochgehen. Gehen. Sonst hätten wir die ja nicht so behindert gesetzt. Warum ich hier mal gerade hoch und gucke. Ja, hier ist Erde. Aber hier haben wir uns eben gerade hochgebaut, oder? Ist jetzt die Frage, haben wir uns ja... Ja. Eigentlich hatten wir voll die Regeln ein bisschen Abstände dafür. Ich weiß auch nicht, warum das so scheiße ist. Hier war du was mit Chris zuletzt. Du musst es nicht langgehen. Ja, ich weiß es, aber ich habe keine Gedächtnis mehr dafür irgendwie. Ich weiß, dass wir hier eben gerade waren. Aber... Irgendwo hier muss es weitergehen. Kann doch nicht sein, ey. Oder hat jemand... Oder will uns Chris hier trollen und dann hat die Dinger weggebaut. Das klappt mir doch selbst nicht. Glaub ich auch nicht. Das ist die Sache. Ach Gott, da ist unsere Base. Von der Base aus sind wir... Wir sind so... Wie wir das letzte Mal zurückgelaufen sind, das kam... Deswegen haben wir keine richtige Markierung. Weil das letzte Mal wie die letzten... Wir sind einfach... Ein Zombiehuhn? What the fuck, Alec? Können Sie das mal an? Ja. Wir sind das letzte Mal scheiße zurückgelaufen. Chris und ich. Boa, Antonia? Ja. Komm mal hier runter. Hier ist ein Zombiehuhn. Ein Zombiehuhn? Hier ist ein... Hier ist ein Huhn. Und da ist ein kleiner... Keiner Mini-Zombie drinnen. Alter. Den machen wir nochmal Screenshots? Äh, F2. Meinst du so ein... Den Screenshot... Den... Den... Den schick ich dir nachher mal. Das sieht richtig strange aus. Meinst du so ein Hühnchen, das... Äh, so ein Zombie, das... Der ist aufm... Der aufm Zoo... Äh, der aufm Hühnchen reitet? Ja. Ja, das hab ich auch schon mal gesehen. Aber im Nether, das sieht voll... Alter. Arme Hühnchen, ja. Such grad den Weg, wenn ich mich das gelaufen. Ich bin wieder zu Base gelaufen. Also zum Eingang. Haben wir uns schwul hochgebrodern. Wir... Wir... Wir werden sie eh nicht packen in den vier Folgen. Weiß. Weil du müsst da nicht Koordinaten aufschreiben, anstatt einfach den Weg zu bauen, einfach Koordinaten aufzuschreiben. War ja so schwer. Ja, wär's auch. Oh Gott, äh. Dann hat nicht Spaß, wir sind noch irgendwo da rausgekommen. Den Tranny habt ihr irgendwo durchgebaut. Haben wir auch. Die Frage ist nur, wo habt ihr das durchgebaut? Ja, genau, haben wir auch. Weil wir am Ende nicht mehr... äh, so gelaufen sind, wie wir gekommen sind. Weil wir den Weg dann auch nicht gefunden hatten. Wenn wir gekommen sind. Haben wir uns hier vielleicht durchgebaut, oder warte... Nee, hier fahren wir doch mit dir zusammen. Der eine Ritze hier. Guck mal kurz. Ah, hi. Ich komm von der Seite, cool. Ist da irgendwas? Sieht aber sowieso nicht stufenmäßig aus, ja. Ja, das heißt nicht, was wir gebaut haben. Wir hatten auch ein... Wir haben auch zwischendurch ein paar Maskerated Gänge gehabt. Ist doch geil, dass ich den Timer neu gestartet hab. Egal, hab ich grad gestartet. Und geht's ja nicht weiter. Sackgasse. Sackgasse, okay. Hm, das ist natürlich wieder optimal. Mal. Einzige, was ich grad die ganze Zeit mache, ist Essen verlieren. Ja. So. Ach. Ach, Sackgasse. Na Leute, wir sind jetzt einfach ganz inkomentiert, den Weg dahin zu finden. Ach, das wird schon. Ist wirklich so. Oh. Ich hab grad richtig Scheiße. So. Ich muss kein... Ich... Ich hab grad keine Ahnung, deswegen guck ich grad mal den... Parallel grad dazu mal in die Aufnahme, wo wir irgendwo die Koordinaten drin hatten. Ich halt nicht. Ähm. Ja. Ja. Jetzt bin ich raus. Dann sehen, ob wir's haben. Komm, wir waren hier am Lohn, Wix-Ding. Ich weiß, wie's hier wieder rausgeht, aber... Ja. So, da bist... Toll, jetzt hab ich grad die Stelle gefunden. Also verreckt, was die neiser. So, mir geht's hier noch mal raus. Ah, komm. Ich geh über den Navasee, hab ich doch gerade. So, hier. Hab doch irgendwo hier auch gerade gesagt. Komm, Kornaten. Komm. Gib sie mir. Ja, da gibt's mir. Ja, da krieg's grad die Sachen wieder. Schön und gut alles. Ach, jetzt hab ich grad immer noch keine Koordinaten. Weiße. Alter, wie dumm sind wir. Warum blenden wir nicht wenigstens mal die Koordinaten rein, ey. Jaaaa, das ist doof. Hm. Hm. Irgendwo, nein, irgendwo. Ich hab eh ein Problem. Dann tu den, den ich halt rückweg suchen. Und dann guck da einfach, wo, 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 wo dann, äh, abgebogen sich. Das ist eh noch die Folge, wo wir noch nicht zurück sind, wo wir noch am rüberbauen sind. Okay. Ja, Leute, das ist grad total spannend. Das ist richtig spannend. Ähm, ich guck mir grad wirklich hin. Ah, ah. Okay. Ja, Alex. Perfekt. Juhu. Was? Ja, ich hab Koordinaten, nur leider seh ich die nicht. Weil ich nur das Endvideo habe. Mit deinem, mit deinem, mit dem anderen Fenster drüber. Boah, nicht dein Ernst jetzt. Also ich kann dir sagen, die Z-Koordinate ist eins, äh, sieben, drei. Das kann ich dir sagen. Die X-Koordinate allerdings. Ja, gut. Die weiß ich jetzt nicht. Perfekt. Oh man. Ja, oder? Hier steht noch mal 110 vielleicht. Da ist noch. Dann mal irgendwann später vielleicht. Das ist natürlich geil. Wer jetzt Koordinaten hat. Und dann jucken sie einen. Aber ich will jetzt auch mal in die Stelle sehen. Ich weiß, das ist grad richtig spannend für unsere Zuschauer. Aber ich will jetzt auch mal in die Stelle sehen, wo wir jetzt zurückgekommen sind. Dass ich sehe, in was für einen Drecksgang wir überhaupt rein sind. Die Antwort, die kannst du nur beantworten, nicht. Oh. Hast du... Ah, scheiße. Nochmal Koordinaten. Cool. Und da war ich auf klein dann. So. Wo ist der Rückweg? Du bist schon wieder zurück am Papp, oder was? Na hier, komm. Du siehst mein Name mit Sicherheit. Ich bin grad hier Richtung oben. Alex. Alex. Dreh ich um und seh meinen Namen. Ja. Dann sag... Ich hab mich auch rumgedreht. Nur das... Da war ich grad andersrum gedreht. So. So. Okay. Ja Leute. Total spannende erste 6 Minuten in der Folge. Aber du wirst ja mal einfach anfangen. Rechne mal ein paar Minuten noch und nur noch weiter gehen. Ja. Genau. Deswegen 2 Minuten noch obendrauf oder 3. So. So. Bei mir. Minus 83. Minus 87. Das ist aber das wo wir grad sind. Ne. So. Ich bin hier relativ kurz vorher. Minus... Ne anscheinend nicht. Aber egal. Minus 83. Ich hab mich grad als Koordinaten und... Dings. Okay. Minus 83. Und... Ein paar Sekunden zurück. Der Alex. Der nur für ein paar Sekunden seine Koordinaten hat. Minus 83 108. So. Wo geht's in Richtung Minus 83er Richtung? Auf X. Hier. Hier. Geht's zurück. Ja. Das heißt wir sind... Haben doch da hinten irgendwo angefangen. Ich weiß auch dass wir von irgendwo da hinten hinter dem Ding kamen. Da. Wir sind auch auf ne Höhe von 87 gewesen. Das ist deutlich das ist hier oben drauf. Wir müssen hier irgendwo hoch. Hast du ja nicht für alles Wege gemacht? Eigentlich schon. Eigentlich. Kann man hier hoch? Ja. Ich brauche mich hier mal hoch. So. Höhe ist 87. Bin ich auf 75. Also noch 10. Okay. Komm ich gegen die Wand. Sehr toll. Was war nochmal die Z-Koordinate? Äh 108. Plus 108. Und die Dings? Und die Dings? Und... Und... Und X? Minus 143. Oh nein. Ich hab keinen Kobbel mehr, oder? Ah. Ah, da hab ich noch welche. Okay. Ich bin auf ne höheren Ebene. Ist schon mal gut. Wo ich grad bin. Ah, da oben bist du. Aber falsch. Ich bin auf 95 jetzt schon. Ich muss wieder ein bisschen runter. Kannst du nirgendwo lang laufen? Ich bin gerade richtig. Der kann wieder ein bisschen runter. Du kannst mal auf der ganz anderen Seite. Wenn du gerade lang, lang löst. Minus 170. Minus... Ja. Ich muss weiter bei Minus in die... Die Richtung über die Lava, ja. Ah, da hab ich hochgebaut. Fuck. Ja, aber ich geh jetzt hier grad wieder hoch. Ich weiß nicht, ob du siehst, wo ich langgehe gerade. Da bist du. Ja. Alter, Garst, 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 Garst. Ami, Garst. Alter, hier sind Löcher. Das ist gut. Ah. Bin jetzt auch ungefähr da, wo ich hin muss. Alter, zwei Garst direkt. Warte, ich hab dich auch weggedrückt, Mann. Ja. Spiel. Ja. Ja, das Spiel leckt schon wieder so ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ja, wahrscheinlich werde hier grad so ein schwule Garst rumschießen. Ähm, mag jemand von euch zufällig mal grad den Regen ausmachen? Moment. Ich glaub du bist in einer anderen Dimension und es geht nicht mehr. Nicht. Kannst du aber mal testen. Aber es dürfte eigentlich nicht gehen. Kommt da eine Fehlermeldung? Nö. Geht? Ob der Regen jetzt aufhört bei dir? Äh, ja, hört auf. Super, danke. Okay. Schön. Also, jetzt kann ich mich auch konzentrieren. Ähm. Also, minus 83. Das ist noch weiter in die Richtung, oder? Nee. Nee, plus 83. Wir müssen hier lang. Nee, es ist minus 83 für X. Ne, die Kölner hat nicht gefunden. Hab irgendwas mit 142 gesagt. Nee, minus 83, 108. Das war die, wo ich gerade in der Sekunde hatte. Ja. Und jetzt 108. Hier, bei der X-Kölner sind wir jetzt gerade richtig. Und jetzt müssen wir noch 108. Das heißt, wir müssen in die Richtung hier. Also, durch die Lava. Okay. Wollen wir mal kurz? Wollen wir rein trinken und einfach rein schärfen? Äh, und Rüstung aber vorher ausziehen. Würde ich empfehlen. Jetzt, Fire Resistance. Erstens. Nochmal was essen, dass sie nicht verhungern auf dem Weg. So. Und jetzt. Würde ich sagen. Go. Erstmal hier. Problem ist, ob man das hier schafft, überhaupt auf der Höhe. Auf Lava zu kommen, bevor man auf dem Boden klascht. Oh Gott. Warte mal, bevor du was machst. Ich glaub, man schafft es hier nicht. Bleib mal da stehen mit Alex. Nimm ich gerade mal eins runter. Warum ich hier gerade mal eins runter? Warte mal kurz. Weil ich glaub, das überlebt man sonst nicht. Was aber anders da. Ich baue mich hier einfach jetzt rein. Über die Lava. Fertig. Weil hier wird's nix mehr. Wie ein Spielchen über der Lava. Ah. Das ist bei dir. Wir runter. Den... Nee, wir... Ich glaub, wir müssen auch gar nicht durch die Lava. Jetzt... Jetzt... Beleben wir sich schon mal? Können wir's auch machen. Du bist nur minimal langsam. Der Lava. Wo bist du? Hier oben noch gerade. 118. Was? Wieso? Die kann ich nicht benutzen? Hast du das? Nee, ich... Ich lauf hier einfach oben rüber. Also unten drunter durch zu schwimmen. Kann aber auch inzuhören, weißt du? Das ist voller Hammer. Blöcke, Alter. Okay, da hinten ist ein Erdding von uns anscheinend. Mein Erdding ist nicht natürlich. Oh, optimal hier. Super. Bist du jetzt oben drangelaufen oder was? Ja, ich bin jetzt oben drangelaufen. Hab völlig umsonst den scheiß Tank gestuckt. Weil unsere Koordinaten auch 80 sind. Wir sind eh so doof in dem Nether auf Koordinaten zuzulaufen. Wahrscheinlich. So. So. Weil die Höhe passt hier jetzt. Ja, nein, nicht gut drücken um den Kloch. Du bist auch da oben bist du. Da oben mach ich aber auch. Dann kommst du aber nicht weiter, mein Freund. So. So, wir sind aber 108. 83. Da war aber nie die Festung. Die Festung war tausend Kilometer weiter weg. Was ist das denn? Ja, ich weiß aber hier. Genau hier stand ich nämlich ungefähr. Ja. Genau hier stand ich. Hier wie in dem Bild. Das ist genau wie die Position wo ich stand. Ich weiß grad nicht mehr wo du bist. Das ist grad richtig premium. Hier im Eck. Hier. Genau hier stand ich. Aber ich seh aber, ich seh aber auch keine Hannah nach Hannah. Deine Markierung oder so. Wir sind am Rand entlang gelaufen. Stimmt. Das seh ich nämlich gerade. Ähm. Okay. Was für ein Rand ist jetzt die Frage? Wir sind hier am Rand entlang gelaufen. Hier oben. Ist überhaupt nicht gefährlich. Jaja. Hab ich gesagt, dass das nicht gefährlich ist. Ähm. Oder. Keine Ahnung. Ich weiß es grad überhaupt nicht. Ich kann es grad nur einschätzen. Du bist doch grad drüben. Ist hier unten. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ähm. Müsst ihr bei welcher Zeit wir sind? Oh stimmt. Ja bei zwölf Minuten auf meinem Timer plus zwei, drei Minuten. So. Ich schluss machen oder? Okay. Jo. Können wir machen. Alter. Krass. Ihr könnt ja auch mal kurz gleich den Weg ein bisschen rekonstruieren. Hoffentlich. Dann sind wir schon mal fackeln von uns glaube ich. Dann ist schon mal gut. Wenn da fackeln sind dann ist gut. Hallo Leute. Dann warst du ja eben auf meiner Folge. Mhm. Aber wer hat euch gefallen? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auch wenn sie ein bisschen Stand war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.